Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Sie gehören zu den ganz großen in der YouTube-Branche, die Lochis. Die 19-jährigen Zwillinge Heike und Roman Lochmann haben über 2,6 Millionen Abonnenten bei YouTube, bezeichnen sich auf dem Kanal selbst als Musiker, Schauspieler, Entertainer. Doch damit soll schon bald Schluss sein, wie die BILD erfahren hat, wollen die beiden Mainzer ihren YouTube-Kanal nach 8 Jahren schließen und ihre gemeinsame Band-Karriere als die Lochis beenden. Das letzte Album soll im September erscheinen. Die Fans aus NRW dürften sich freuen, das Abschiedskonzert soll am 28. September in Dortmund stattfinden. Am Wochenende wollen die beiden außerdem noch eine Nachricht an die Fans veröffentlichen gegenüber Bildenden Roman Lochmann den Grund für das Plötzliche aus. Manchmal muss sich ein Kapitel schließen, damit sich ein neues öffnen kann. Die Lochis, Auftritte in anderen Schuss, dass die Zwillinge auch andere Qualitäten haben, bewies Heiko Lochmann bereits 2017, damals startete der Sänger bei der beliebten Tanzscholistrenz durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017